hey leute herzlich willkommen zu einem neuen video auf diesem kanal diesmal bin ich hier am see mitten im winter ist alles zugefroren ja da habe ich noch ein altes video gehabt da habe ich mal einen schönen hecht hier gefangen das wollte ich euch nicht vorenthalten das ist so ein einlauf hier das zeige ich euch gleich ja das sind ja immer so die hotspots die einläufe ausläufe von einem see sind immer solche gute spots wo man gut fische fangen kann hier strahlt voll die sonne gerade rein hier sieht die der see ist eingefroren richtig nice so hier ist die stelle gewesen jetzt sieht man das hier schlecht aber im sommer ist hier immer so eine kleine sandinsel ich gehe jetzt mal rauf so schauen wir mal ich hoffe ich breche nicht ein genau hier habe ich im sommer schön hecht gefangen vereinsgewässer das ist ein haspot see hier sind ganz viele enten und hier ist auch so ein einlauf da kommt der kleine gerade hier ist so ein einlauf was fließt denn hier sind sie rein und das sind immer generell gute hotspots wo man fische fangen kann ja so ist das hier sieht man das noch mal gut den einlauf davon im see war alles eingefroren der fließt hier lang und danach ist auch noch alles eingefroren da sieht man das nicht wie das läuft da sieht man das ganz gut da ist sogar noch eis gewesen richtig ich lege die angelina imirhan gel ortei tut gel ortei tut Warte, warte, lass Emitar Keschern! Nimm das auf! Schmeiß die Rute! Huuu! Alter! Hau! Hau! Emitar, bitte! Lass mir Emitar Keschern, bitte! Soll ich ihm helfen? Hau! Emitar, bin zu entfüßen! Emitar, gib mehr ab als du! Emitar, gib mehr ab als du! Emitar, gib mehr als du ab, Alter! Hahaha Was? Geht der dich länger? Ja, doch der geht länger! Du musst hier vorne bringen. Alter, der geht hier voll weit weg, Alter! Nee! Hau was? Und dann noch direkt hier vorne! Ja, Mann! Tch intertwine! Wie hast du nichts zu tun! Nimmst, Alter! Gib ihm eine Schnur. Lass ihn ein bisschen. Guck mal, ich zeig dir ein, wo du aufdrehen musst, damit er... So, jetzt hoch, aufziehen. Aufziehen, aufziehen, den aufziehen. Jetzt, jetzt aufziehen, aufziehen. Zieh hoch die Hand. Du nimmst noch auf, ja? Ja, ja. Richtig geil. Warte, 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 der ist noch nicht so weit, Mann. Und das auf Ende haben seine kleine Rute, Mann. Mit kleinen Köderfisch und Pose. Schild. Geil. Und der will unter die Bäume ziehen, ne? Ja. Alter, wenn der jetzt abreißt, das wäre katastrophaler. Gutes Stahlverfahren drauf. Ja, Mann. Ich hoffe, der Köderfisch ist noch da dran, irgendwie in seinem Maul oder so. Warte, warte, lass ihn mal ruhig. Warte, warte, lass ihn mal ruhig. Du wolltest ja nicht mit dem Köderfisch angeln, ne? Ja, scheiße, das wäre jetzt geil gewesen. Ich trete die ganze Zeit in Scheiße. Ja, wir treten alle hier die ganze Zeit in Scheiße. Ja, aber nicht mit Lachen, Jo. So. So ruhig. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, Alter. Giggi, Giggi, Giggi. Ich geh auf, oder? Ja, genau. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Wenn es heißt Biomemo, angeln. Jochen Lachen. Dann bis zum nächsten Mal.